Moin! Hier bin ich Woller. Für Dogen bin ich in Ne Südenden und raufkriegst wie den Seniorenklub ein paar Döntchen zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo die Ne Südenden liegen. Das ist in der Gemeinden raus. Oh, platte Land! Ja, das ist hier so wie das Land. Hier heizt noch nicht mal jeden mit Strom oder mit Gas oder mit Öl. Nee, also hier wird auch noch mit Köln heizt, mit Brikett. Ja eben, ist hier auch jemand verbietrücken. Die hat so einen Peert und einen Wagen und die lebt den ganzen Tag. K-k-k-k-k-k-köln! K-k-k-k-k-k-köln! Da hab ich gesagt, Mensch, du weißt wohl, dass keine Köln, wie die auf dem Wagen sind. Das sind nämlich Briketts. Ja, das weiß ich, aber wenn ich Brikettsgruppen tue, dann bliff immer mein Peerts da. So ist das hier auf dem Land. Naja, aber ich geh nur erst mal rein. Ich trink einen Kaffee, für ein Kielstück. Ja, und den Seewius pflege ich irgendwann mal. Mit Bold, Jon Burdecker. Tschüss! 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 Tschüss!